Wir machen wieder was für die Rumpfmuskulatur zur Stabilisierung. Vierfüße stand, gehen runter. Hände sind unter der Schulter, Knie sind unter den Hüften, Füße aufgesetzt. Die Arme nicht ganz durchgesteckt, sondern leicht in Ellbeuge. Den rechten Arm nach vorne und das linke Bein nach hinten. Atmung nicht vergessen. Und wieder zurückführen in die Position. Immer leicht ausrichten. Dann wieder diagonal links und rechtes Bein. Und wieder zurückführen. Und immer wieder nachspüren. Leichte Bauchspannung beibehalten. Die Übung ist eigentlich einfach. Das sollte eigentlich jeder können.